Ich grüße jetzt ganz herzlich bei mir Herrn Daniel Lohmeier, mein Kollege ist Leiter des gemeinsamen Melde- und Lagezentrums von Bund und Ländern. Wir haben das ja bei den Kollegen schon gemerkt, es gibt also bei uns immer teilweise sehr lange Begriffe, kurz GMLZ. Wir bemühen uns aber, also wir können es zumindest auf gemeinsames Melde- und Lagezentrum oder Melde- und Lagezentrum, damit wir immer verständlich bleiben. Schön, dass Sie da sind, dass Sie die Zeit gefunden haben. Herr Unger hat ja nur kurz angerissen, wie es eben auch bei der Einrichtung oder Errichtung des Amtes dazu kam, dass eben auch so ein gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern erforderlich wurde. Aber jetzt reden wir darüber, was sind denn Ihre Aufgaben? Ja, herzlichen Dank, dass wir oder dass ich heute hier sein kann und die Aufgaben des GMLZ, ich bleibe bei der Kurzform, darstellen kann. Das GMLZ ist das Fachlagezentrum für den Bevölkerungsschutz. Das heißt, wir sind 24-7 im Dienst und stehen mit unseren diversen Partnern im Bevölkerungsschutz in Verbindung. Zusammengefasst könnte man sagen, wir haben drei Aufgaben, nämlich Lagemanagement, Ressourcenmanagement und unsere Aufgabe als nationale Kontaktstelle oder vereinfacht Informationen sammeln, diese aufbewerten und entweder darüber berichten oder dafür sorgen, dass die Information an die richtige Stelle im System des deutschen Bevölkerungsschutzes gesteuert wird. Ja, also fangen wir doch mit dem Lagemanagement an, weil das ist ja quasi, da sind Sie ja Jäger und Sammler. Genau, richtig. Woher bekommen wir unsere Informationen? Nun, das stammt natürlich zunächst einmal aus den Innenministerien der Länder, den obersten Katastrophenschutzbehörden. Hier insbesondere die Informationen über Gefahren, über Schadenslage und über Einsätze der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Aus den Hilfsorganisationen, Rettungsdienstbetreuung, aus den Bundesorganisationen, die die Länder unterstützen, wenn es denn Bedarf gibt, die Bundeswehr, vielleicht ist der eine oder andere ja auch von einem der Soldaten an einer der zahlreichen Covid-19-Teststationen getestet worden. Das Technische Hilfswerk, das hier technische Hilfe leistet, national wie international, kommen wir noch zu, und die Bundespolizei, die mit ihren Hubschraubern beispielsweise die Länder in der Altbrandbekämpfung unterstützt. Darüber hinaus, natürlich sind wir mit den Ressorts in enger Verbindung, natürlich das BMI, das BMG, das BMU, das Auswärtige Amt, aber auch eine Vielzahl von weiteren Landes- und Bundesbehörden. Ich greife nur drei heraus. Das RKI ist jedem in der Zwischenzeit ein Begriff in Bezug auf die epidemiologische Lage. Das Goldkoch-Institut. Dankeschön. Sie wollen mich nur testen, ob ich das alles weiß. Genau. Jetzt werden wir es sehen, den Deutschen Wetterdienst. DVD. Hervorragend, funktioniert auch andersrum. Genau, wollte ich doch sagen. Und die Hochwasserzentralen der Länder. Selbstverständlich, wenn es eine Hochwasserlage gibt oder hier Warnungen bestehen. Wir gucken aber nicht nur national, wir gucken auch international. Die Anrainerstaaten, die EU, die NATO und natürlich sonstige Institutionen oder Behörden, die national relevante behördliche Informationen liefern. Dann wage ich mal eine Prognose. Sie haben da oben 150 Leute sitzen, die alle diese Informationen zusammentragen und dann einen Lagebericht draus machen. Fast! Ja, es gibt wieder eine Frage aus dem Netz von Thomas Kalix. Wie sieht es denn mit Alltagsgefahren aus? Es ist gerade genannt worden, Hochwasser und Starkregen. Gut, da gehen wir auch noch im Laufe der Unterhaltung drauf ein. Genau, halt mal im Kopf. Was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Also keine 150, aber ein bisschen nach unten, ja gut. Aber tatsächlich, wow, sehr beeindruckend. Viele Informationen, die dann zusammengefügt werden. Genau richtig. Das ist nämlich die Aufgabe im Lagemanagement. Wir nehmen diese vielen Meldungen, die Lageberichte, die Informationen und legen sie nebeneinander beziehungsweise gegeneinander oder übereinander, je nachdem und prüfen, gibt es Gefahren oder Schadenslagen, die länderübergreifend sind, also mehr als ein Bundesland betreffen, die eine Vielzahl an Personen betreffen, die für kritische Infrastrukturen relevant sind. Gibt es eine Schadenslage, an der sich viele Einsatzkräfte tummeln, nicht tummeln, Entschuldigung, arbeiten und die, danke schön, und die vielleicht noch zusätzliche Unterstützung entweder aus anderen Ländern oder von Bundesseite, hier wiederum Bundeswehr, THW, Bundespolizei benötigen. Das legen wir gegeneinander aufeinander, bereiten das auf und schaffen daraus einen einheitlichen Lagebericht zum Bevölkerungsschutz aus Sicht der Bundesperspektive. Und das täglich, ne? Und das täglich, beziehungsweise immer dann, wenn es einsatzbezogen ist, denn... Dann gibt es noch einen zusätzlichen, nämlich den einsatzbezogenen, ne? Genau, richtig. Das sind dann die Lagemeldungen oder die Lagevorträge zur Unterrichtung. Denn unser Blick ist nicht nur national, bei diesen Schadenslagen, beispielsweise das Hochwasserlage, die gerade angesprochen worden ist. Oder das Sturmtief, das, selbst wenn es nur ein kleines ist, unsererseits mitbetrachtet wird. Es könnte sich eine größere Schadenslage daraus entwickeln. Wir schauen auch international, wenn zahlreiche Deutsche betroffen sind oder beispielsweise Deutschland im Bereich der internationalen Katastrophenhilfe seinen Beitrag leisten könnte. Hier zuletzt, Sie erinnern sich, die Explosion in Beirut im Libanon. Auch dies haben wir aufgegriffen, haben lagebezogen unsere Partner, die ich gerade ausgeführt hatte, hierüber berichtet in Form von einer Lagemeldung. Und jetzt muss man wissen, dass der Libanon sehr schnell die internationale Gemeinschaft um Hilfe ersucht hat. Konkret Fachexpertise zu unterschiedlichen Bereichen, aber auch ein Urban Search and Rescue Team, also ein Bergungseinheit, die die Libanesen vor Ort unterstützt. Unsererseits werden diese internationalen Hilfeersuchen gesammelt, bewertet und an die Partner gesteuert die Hilfe leisten können. Hier im Falle des Libanons an das THW, das direkt zugesagt hat, hier eine Einheit in den Libanon zu schicken. Dies wurde dem Libanon angeboten. Libanon hatte die Hilfe angenommen und die Kollegen sind in den Einsatz gegangen. Das konnte man vielfach ja in den Medien auch verfolgen, wie sie da unterstützt haben. Das stimmt, genau. Jetzt haben wir aber nicht nur Lagemeldungen. Wir haben nicht nur internationale Hilfeleistung zu ersuchen, sondern auch eine Vielzahl von anderen Meldungen, die uns insbesondere im internationalen Bereich erreichen. Sie können sich vorstellen, dass GMLZ vielleicht wie eine Vermittlung. Wann immer Sie sich nicht sicher sind, wo in Deutschland das richtig hingehört, wer in Deutschland 24-7 erreichbar ist, es sich aber um Themen des Bevölkerungsschutzes handelt, dann werden Sie höchstwahrscheinlich im GMLZ landen. Ja, deswegen merken Sie sich das Gesicht, weil da landen die Sachen dann und werden dort verteilt. Das betrifft beispielsweise die Meldungen der Weltgesundheitsorganisation. Gerade in der aktuellen Lage kommt es zu einer Vielzahl von Meldungen entweder über die WHO direkt oder über andere Mitgliedstaaten, die Meldungen bezüglich Covid-19 oder anderer Gesundheitsgefahren absetzen. Für Deutschland erhalten wir diese, prüfen sie und stellen sie dann dem zur Verfügung, der dafür verantwortlich ist. Hier, wenn es eine biologische Gefahr ist, beispielsweise Covid-19, geht das an das Robert-Koch-Institut. Es ist eine chemische Sache. Bearbeiten es die Kollegen bei uns hier im Hause oder bei einer radiologischen Angelegenheit, die Kollegen vom BMU. So haben wir Informationen, die wir im Bereich der Lage auswerten und aufbereiten, darüber berichten. Wir haben unsere Funktion im Bereich der internationalen Hilfe, in der wir die internationale Hilfe, die Anträge auf internationale Hilfe entgegennehmen, auswerten und an die Kollegen und an die Organisationen schicken oder steuern, die in der Lage sind, zu helfen, Hilfe zu leisten oder letztendlich Informationen im System, sehr komplex, sehr beliebig, an denjenigen zu steuern, der dafür zuständig ist. 24-7, ich erinnere mich, ich habe ja am Anfang erzählt, Herr Unger und ich, wir sind ja beide schon seit 2004 dabei. Ich weiß, da gab es 24-7 noch nicht. Das ist ja erst vor... 2010. Ich habe es nämlich vergessen, wenn es eingefallen. Ja, das war für uns ein großer Schritt von der, ich sag mal, regulären, vom regulären Dienstbetrieb, 8 bis 16 Uhr auf 24-7 zu wechseln. Ging auch nur dank der Unterstützung unserer Partner, die uns hier mit Fachkompetenz und mit Personal unterstützt haben. In der Zwischenzeit hat sich das sehr etabliert und gerade im Bereich der Steuerung von internationalen Eingängen sind uns viele Behörden dankbar, beispielsweise das BMU, beispielsweise das BMG oder das RKI, dass wir hier diese zentrale Vermittlungsstelle übernehmen und dafür sorgen, dass die Kollegen genau dann die Information erhalten, wenn sie sie benötigen. Genau, oder wenn irgendwas Dringendes reinkommt, dann wird sogar unter... Genau, dann jederzeit. Dann wird es jederzeit. Und diese Meldewege sind natürlich auch komplett festgeschrieben, die dann erfolgen. Ja, das ist doch sehr gut, dass Sie immer... Ich weiß, am Anfang waren es auch wenige Verfahren. Wie viele Verfahren sind das jetzt, wo Sie bei 24-7 jetzt unterstützen? Lassen Sie mich mal irgendwie eine Zahl hören. Ich würde sagen, über 20 internationale und nationale Melde- und Alarmierungsverfahren. Ja, ja. Ich glaube, wir haben mit fünf oder so angefangen. Genau, richtig. Das GMLZ ist in der Hinsicht, vielleicht abschließender Satz von meiner Seite, das GMLZ ist in vielerlei Hinsicht ein Dienstleister. Sei es jetzt für diese internationalen Melde-Verfahren, sei es für die Länder, denn wir beispielsweise stehen Ihnen auch zur Verfügung, wenn Satellitendaten angefordert werden können. Wir unterstützen zusammen mit dem Geokompetenzteam hier bei uns im Hause bei der Analyse und Auswertung von Fernerkundungsdaten und schauen dafür letztendlich, dass die Länder die Unterstützung bekommen, die wir Ihnen bieten können. Und das ist, wie ich finde, also echt eine sehr, sehr intensive, vielfältige und hochkomplexe Leistung. Vielen herzlichen Dank für diesen winzigen Einblick irgendwie. Da kann man ja im Grunde genommen, kann man ja zu jeder Aufgabe nochmal viele, viele Dinge irgendwie erläutern. Aber wir sind auch dankbar für diesen kurzen Einblick. Außerdem wollten wir ja unseren Zuschauerinnen und Zuschauern heute mal so ganz kurz die Behörde vorstellen, die eben auch hinter der Warnung der Bevölkerung steht und welche Leistungen wir noch bieten. Hallo Meier, ganz herzlichen Dank. Hallo Meier, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020